Alter, ich würde sagen, es ist fast fertig. Die zwei Stehtische müssen wir noch hier platzieren. Aber danach ist es geschafft. Leute, ihr wisst, wenn die Fenster die Basel gut anfängt. Wenn der Freitag schon unter der Nadel sitzt, ab geht's. better zu verbessern. Dieser coole Typ hier kam gerade vorbei und hat eine Tasse für Maggi vorbeigebracht. Das ist einfach nur das Schönste, was mir auf der CON passiert ist. Und jetzt auch nochmal Big-Ass Shoutout an Carpauns von Raptobot, die uns einfach Pfirsiche geschenkt hat. Mit fucking Fischen obendrauf. Wegen unseren Fischlatschen und wegen den ganzen Pfirsichen, die wir haben. Weil hier in unserem Standlager hinten dran, in unserem Lager hinten, haben wir fucking viele Pfirsiche. Wir haben immer auf CONS Pfirsiche, weil das sind echt verdammt viele Pfirsiche. Und jetzt haben wir noch mehr Pfirsiche. Wir haben ein riesiges Pfirsichlager und Fische und fucking hell, Alter. Danke. 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 Danke.